Schlagersängerin Michelle wurde gefeuert. Na nun, was ist denn da los bei Michelle? Die Sängerin, die vor ein paar Wochen ihre Beziehung mit dem 25 Jahre jüngeren Sänger Eric Filippi bekannt gegeben hat, schwebt immer noch auf Wolke 7 und trägt nach wie vor die rosa-rote Brille auf. Vor lauter Liebe wurde sie jetzt gefeuert. Ihr Manager Markus Krampe, der jahrelang mit dem Wendler zusammengearbeitet hat, hat nun das Managementverhältnis mit der Schlagersängerin beendet. Der Grund? Ihre neue Liebe Eric Filippi. Dieser soll sich, so der Ex-Manager, in das Geschäft eingemischt haben, obwohl er noch relativ frisch im Business ist. Nun steht die Sängerin ohne Manager da. Michelle, die eigentlich für die heutige Giovanni Zarella-Show angekündigt worden ist, wurde aus der Gästeliste gestrichen. Wir hoffen sehr, dass sich Michelle nicht auf dem Weg verliert und verletzt daraus hervorgeht. Wir wünschen den beiden weiterhin alles Gute und eine glückliche Zukunft. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von der ganzen Sache haltet.